willkommen freunde bei knoppy tv und bretter budel teil 10 vom sr2 custom zweiter teil zum tank ich habe festgestellt dass hier diese halterung ja das ist scheiße dran die ist mir schon immer abgebrochen jetzt habe ich gesehen dass hier immer noch ein kleiner riss drinnen ist den nicht richtig geschweißt habe der sound verändert sich hier hallo 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 und jetzt muss ich hier den grad den abstand zwischen zwischen dem tanker zwischen dem rohr die noch nicht richtig verschweißt ist jetzt vielleicht den abstand ein bisschen vergrößern indem ich einfach im drehmel hier ein bisschen ein bisschen material abtragen damit die schmelze beim schweißen besser einringen kann und die geschichte dann vielleicht beim dritten mal dann endlich mal fest ist das mache ich und dann muss ich hier vorne mich noch dieser geschichte widmen ich hoffe dass wir dass ich die teile bekomme demnächst die bestellt habe sprich der einfüllstutzen und der windestutzen unten für den für den benzin haben im übrigen haben wir heute 27 12 2019 noch kein paket bekommen bis dahin kann ich nicht allzu viel machen legen wir mal los übrigens wenn ihr mal zahnschmerzen habt ja kein problem mache ich habe ich da halt kleinen spalt reingemacht damit die schmelze dann nachher und ich rein fließen kann weil hier ist ordentlich verschweißt da ist fest aber hier hat knoppy um die scheiße getroffen die anderen die sehen gut aus die halten aus wofür sie an geschweißt und jetzt bearbeitet hier hinten noch ein bisschen die stelle da sei ja und nicht aber mal gucken dass wir denen dann auch noch ein bisschen dichter hinbekommen hier sieht man im prinzip dass die speise natürlich scheiße war hier hier da da ist auch eine stelle da weg ist im drehmel ein kleen nut rein fräsen damit die schmelze dann besser rein laufen kann nicht nur dass ich jetzt oben den schweißen drauf setzte wieder wieder abschleife wieder die stelle habe sondern ruhig ein kleines stück rein fräse damit die schmelze ordentlich ein laufen kann so denke ich mir jedenfalls jetzt gefällt mir das top sehr schön wurde ja fein geschliffen wenn er fertige schweißt das jetzt noch nicht also ich will mich ja nicht loben aber mittlerweile geht es mit dem schweißen die gerade geschweißt zuletzt heute aber schön gleismäßig wird ein bisschen doll aufgebaut hat jetzt ein bisschen wenig aufgebaut weit ein bisschen zu schnell wahrscheinlich und hier war der vorschub vielleicht ein bisschen doll gucken wir mal abschleifen schauen ob wir die risse beseitigt haben so also viel wird den tank nicht drin passen vielleicht zwei liter oder so dann schauen wir mal ob er dicht ist dann lasstet man eine weile laufen ich habe jetzt hier ein liter warmes wasser eingefüllt mit spülllider dazu um die oberflächenspannung rauszunehmen aus dem wasser guck mal ob es jetzt dicht ist also letztes mal hat sofort getropft als es einiges nahe sind wir ja mal gespannt siri stellt den timer auf zehn minuten gut zehn minuten vorbei und das dicht ja knuppchen gläser gläser Ja, das war's. Das war's für heute. So, ich habe jetzt noch ein paar Worte. Spannungsgeladene sieht schon ganz gut aus nur ist noch zu groß muss noch schmaler gemacht werden ist überall noch ein stück runter idealerweise müsste es etwa so mit so leichten versatz sind kriegen damit ich der karte zu schweißen habe so habe ich nicht zum schweißen hier keine stelle nicht hier jetzt schweiße dann herr wegschleife die schweißnaht ist da offen das wird ja nicht so einfach also schleifarbeit so jetzt haben wir ein jahr mal angepasst jetzt muss ich bloß noch biegen hinauf diese rundung die fisik jetzt oder nicht wie ich jetzt mache aber fällt mir auch mal schauen wenn sie dann bei ost zweirad habe ich bestellt eine einschweißwende für den tank der war der benzina mit dazu und hier war ganz froh dass ich die gefunden habe dass ich keinen anderen tank zerstören musste jetzt muss ich nur die richtige stelle finden wo ich der teil positioniere auf jeden fall muss ich natürlich in der mitte hier unten sein hier vorne wird zu eng werden weil der rahmen stört zeigt euch gleich einmal gerne würde ich es hinten machen hier geht es aber natürlich auch nicht weil ja hier die schräge ist an der stelle hinter dem benzinhahn einbauer wird es schwierig werden also werde ich es wahrscheinlich hier machen würde ich hier eine parallele habe zur oberen halterung oder hier in der mitte machen wie bei der vorlage so wo ist die beste position hier vorne passt es gerne gemacht dass sie so auf den blick da gewesen wäre funktioniert aber leider nicht hier hinten in der mitte ist eigentlich bald die beste position dann kann ich den benzinschlag auch hier durchlegen zum vergaser führen oder ich kann es hier hinten machen hier fällt mir aber auch nicht weil die dann wirklich so quer über die lücke läuft es gibt auch keine andere idee was ich da machen kann also werde ich ihn hier machen das ist die hälfte des tanks da kommt er hin ich habe das noch mal hin und her überlegt noch mal getestet ich wollte ja hier in der mitte machen bei 22 zentimeter mache ich nicht machen bei 12,5 dann kann ich die benzinschlauch schön am rahmen lang legen und der hohlraum unter dem tank zwischen tank und rahmen wird nicht zu doll geteilt durch den benzinschlauch was habe ich hier das letztendlich ein 16er bohrung die muss ich jetzt hier rein machen rein bohren damit ich dann die winde da einschweißen können also ich musste irgendwie ein 16er lochen kriegen mal gucken ich habe leider nur bis 10er bohrer dann nachher hier mit diesen mit dem stufenbohrer weitermachen da habe ich bis 16 mit dem geht dann letztendlich aber ich weiß immer noch nicht ob ich jetzt so groß mache dass die dass der bund genau reinpasst weil ich dann hier auf schweiße oder ob ich es dann so mache dass da unten spalt ist ja ich werde es wohl nur so machen dass ich hier ein stück reingebohrt haben und jetzt passt es nicht ganz rein und ich habe da einen schönen spalt zum schweißen dazwischen fährt mehr so was haben wir schon gelernt immer schön den sind abschleifen vorm schweißen damit keine kontaktprobleme gibt und nicht um welche sachen anfall abfallen die knopp gedachte an die schweiß zu haben der wird hat die maße wieder einen richtigen kontakt in drinnen hatte ich schon an geratet in der langen pfeile und da kann der teil dann jetzt drauf kommen die überwurf mutter direkt drauf lassen und die winde zu schützen das passt wirklich genau rein super prima supi schweißen 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 gut dann werden wir mal testen ob das dicht ist die geschichte hier klopfer gebastelt hat drückt mal die daumen auf den sack dass diese scheiße hier immer runter fällt der will mich doch er ja jetzt habe ich gerade dachte edel kann ja nicht wahr sein dass die scheiße so läuft der benzin war auf reserve also bis jetzt ist es trocken aber das natürlich wasser benzin hat eine geringere oberflächenspannung das kriegt also mehr dann muss ich das benzin auf jeden fall noch mal testen aber für mich ist erstmal jetzt nicht den anderen ob es dicht ist weil wir hinten ist die am anfang richtig ausgelaufen haben wir jetzt abgelichtet aber das sieht erst mal auf den ersten blick gut aus ich würde bei den nächsten stunden jetzt erstmal so lassen und dann warten wir mal hat passiert die kehne sorge ihr müsst jetzt die stunden lang warten jetzt hier nicht weiter euch ab und dann geht es paar minuten für euch weiter für mich das feierabend jetzt hier muss mich auf eine geburtstagsparty jetzt vorbereiten im raubtiermusik und raus ein bisschen hübsch machen muss ich mich auch noch ein bisschen schminken und so neben ihm schminken und er vergessen also bis gleich minas so jetzt dann die geschichte über nacht ist jetzt der nächste morgen weil ich das morgen nächster tag mittag habe hier unten ein bisschen wasser und hier ist auch ein kleiner tropfen wenn man wasser aus dem rohr auskippen und dann schauen ob wir identifizieren können wo das herkommt wo ich das nachschweißen muss ja mensch hat doch super geklappt also genau wo die kommen ist und rausgekommen ist dank der niedrigen temperaturen hier drin wir haben nicht minus gerade das ist doch ein bisschen gefroren anscheinend nicht gefroren aber kommt genau hier aus diesen riss raus hier da muss ich noch mal nachschweißen dann habe ich hier drüben kann man sehen hier habe ich auch ein wassertropfen hier und hier suchen riss ein kleiner ja da müssen wir da noch mal ein bisschen nachschweißen die ist ja nicht so schön und dann habe ich gesehen dass ich auf der unterseite hier auch ein loch hatte also war auch ein tropfen dran und hier sieht man ist ein bisschen rostig ist also genau hier an der kante jetzt haben wir da jedes nur eine ablagerung genau hier aus der ehen stelle da weiß ich jetzt aber nicht ob das jetzt hier aus dem rand her kommt hat sich der tropfen da gesammelt hat oder hier ist ein kleines loch aber da kann eigentlich nichts herkommen weil da ist der deckel ja geschlossen aber wir werden auf jeden fall noch mal hier nachschweißen und hier am rand ohne mal nachschweißen heute mache ich jetzt die klo da müsst ihr jetzt aber nicht zu gucken ansonsten ist es ja zu langweilig für euch also gestern ich bin gestern fast durchgedreht heute ist der 30.12 morgens silvester gab gestern stundenlang versuchte ding abzudichten den tank wird ist mir nach lange langer zeit dann irgendwann die glück bevor ich dann wirklich die eskalationsstufe erreicht hat das ding aus dem fenster zu schmeißen aber jetzt ist der stutzen dicht hier hinten hatte ich auch noch ein paar stellen die teilt dann auch endlich dich die schweiß also hätte nicht gedacht dass du wirklich so schwierig ist ja problem ist ja auch immer dass sie beim schweißen ansätze wieder absätze noch mal neu ansetzen normalerweise müsste ich ja nur an halt ansetzen muss und eine undichtigkeit dann riskiere also ein kleines haares oder so wurde dann richtig die schmelze da nicht sich verbunden hat mit dem material ja hab da mir ja auch zahlreiche schrieben übrigens lieber matthias ich habe gelernt ich ändere am schweißgerät nicht die nicht die spannung sondern die stromstärke vielleicht vielleicht habe ich jetzt auch kapiert langsam ja also ich habe gestern wird ewig lange an rumgeschweißt ich werde auf jeden fall bevor der tank dann eingebaut wird den von innen noch entrosten ich habe jetzt ein bisschen wasser rumgespielt dementsprechend sind drin ein paar rost ablagerung ist aber nicht dramatisch kriegt man alles wieder raus wird entrosten reinigen und wird den dann auch noch mal brechen und die dinge ich mir echt offen sagt noch mal beschichten von den falls irgendwo noch eine kleine stelle ist dass du dann wirklich abdichtet ja in der zwischenzeit hatte ich mir ja dann den deckel gebaut für die außenseite weil ich komme momentan nicht weiter weil dieser scheiß einfüllstutzen immer noch nicht da ist ich hoffe er kommt heute an ich muss ja hier die geschichte der deckel muss ja ein bisschen gebogen werden habe ich mir gedacht naja bist du ja schon mal vor ein bisschen was passiert natürlich weil ich nicht den richtigen radios hatte habe ich jetzt ich hoffe man kann es sehen habe ich jetzt hier ein knick und hier ein knick naja ok einmal schrott werde ich jetzt noch mal neu basteln noch mal neu bauen zeige ich aber nicht jetzt wird sonst langweilig damit ich nachher auf jeden fall ihren ordentlichen deckel darauf haben weil ärgerlich ist dann natürlich wenn der drauf ist und man sieht hier so eine biegelkante drin das darf nicht sein das ist nicht kann ich nicht machen also braucht ihr immer nur das ist kein problem mache ich jetzt mal schnell und ich hoffe dass dass da ein dpd da ist dass ich heute noch den einfüllstutzen anfangen kann jo freunde wie es so ist war für euch ein paar sekunden für mich ein paar tage wir haben heute den dritten ersten 20 20 18 uhr abends ist ein freitag ich hab noch ein bisschen bock ein bisschen was zu machen bisschen klinkram ein bisschen rumspielen und in der zwischenzeit sind auch ein paar pakete angekommen weil anscheinend haben die ganzen paketlieferanten ihren weihnachtsstau ein bisschen abgebaut dadurch ist ein bisschen mit bei mir angekommen und die konnte mich ein bisschen besinnen konnte mich ein bisschen rum ärgern mit ehemaligen freunden über die feiertage die mir immer wieder mal sagen wie doof ich eigentlich bin weil ich für scheiße bauer wie schlecht ich eigentlich arbeite hallo mister f punkt s punkt aus g punkt und will ich jetzt mal mit euch ein paar pakete auspacken ja ich weiß das regt mich immer tierisch auf soweit ich bin halt sehr emotional und das zieht mich relativ runter aber ich muss mich einfach dran gewöhnen dass wenn man so was macht so eine videos rin stellt dass man da auch ein bisschen sich ein dickes fell dickeres feld zulegen muss aber gefällt hat besonders schwer weil wie gesagt ist jemand mit dem weg vor dem opc fahren thema geschraubt und die mal gesoffen mal gegrillt vielleicht eingeladen zu mir nach hause und wegen der kindergeschichte hat er mich so verarscht und so intrigiert aber gut ist eine andere geschichte vielleicht dazu legt euch das mal irgendwann wir haben jetzt mal ein bisschen spaß zwischenzeitlich man jetzt nicht sofort um den tank da machen wir nachher weiter ich zeige euch mal was bei mir eingetrudelt ist ich habe ein bisschen was bestellt für den paul sind es hat zwei muss man gucken dass man keine adresse drauf sieht war ich habe bestellt oder in der zwischenzeit ist angekommen das ist jetzt nur ein kurzer überblick für euch dass ihr seht was noch alles kommen wird ich habe mir bestellt ein tank versiegelung set mit entfetter entroster und kunststoff versiegelung falls sich der tank nachher doch irgendwo ein bisschen unnicht ist damit ich den notfalls abgedichtet kriege beziehungsweise auf jeden fall auch dicht ist ja weil es natürlich ärgerlich wenn er ja beschichtet ist und irgendwo läuft ein bisschen sprit raus aus der ersten nase stelle deshalb machen wir auf jeden fall eine tank versiegelung ich habe jetzt nicht viel zu dieser geschichte gefunden von diesem hersteller werde ich euch später berichten oder welcher später im video sehen wie ich das verarbeite wie ich das mache muss ich mir selbst noch durch durch lesen dann habe ich bestellt weil vielleicht ist euch aufgefallen dass genau hier ein kleiner grauer fleck ist kommt dadurch dass ich natürlich für die flex habe der letzten zeit und die kamera immer irgendwie hinter mehr stand und irgendwann hat sich damals im metall sparen da rein gebrannt also halt mir erst mal sag jetzt nicht kriegt diese blöde kunststoff verpackung habe ich mir eine neue linse vorne bestellt also die neuen neue eine neue kappe und ich habe mir neuen filter bestellt weil dieser filter soll das bild für euch ein bisschen besser machen macht dann bestimmt nicht so aber bei klopp in der bretterbude macht man sofort schon mal so die machen wir jetzt mal auf das ist der filter jetzt seht ihr wahrscheinlich sonnenschein die linse ja nicht mehr mal gucken sieht es anders aus naja jetzt erst mal nüschwerk wahrscheinlich am bildschirm sehen entschuldigung ich habe mich ein bisschen verschnupft wie viele meiner umgebung so dann habe stellt was ganz geiles kommen wir auch später zu und zwar besser zwei bisher thema radlager ist ja immer so eine geschichte mit dem einstellen entweder so zu strafe oder zu lose ins familien und dafür halt bestellt und auch zwischenzeitlich bekommen vom lieben ruhen industrie radlager mit radbolzen für den sh2 gibt es einen umbausatz werde ich euch dann beim jeweiligen teil verlinken für die vorderachse für die hinterachse also 10 und 12 mm mit tacho antrieb und so weiter und so fort ich will da jetzt nicht zu tief rein gehen weil in dem video gibt es ja jetzt eigentlich um das thema tanke so was haben wir dann noch dann habe ich was ganz feines noch gefunden weil dieses thema mit der mit der mit der spree gabel vorne mit dieser kleinen hülse die vorne am vorderrad eingebaut habe damit die sprecher gabel beweglich auf die achse ist die fällt mir noch nicht so richtig ein bisschen geguckt hat ja auch ein bisschen zeit über die tage hatte ein bisschen frei und habe und habe axial kugel lager bestellt in maß 10 mm aus maß 18 mm die sehen dann so aus meine überlegung war eigentlich oder auf dem bild beim händler das ein bisschen anders aus dass die außenscheibe und die innenscheibe etwas größer waren und das lager wollte dann eigentlich direkt in die sprecher gabel einarbeiten ist jetzt noch nicht ganz so wie ich wollte aber weg und einfallen lassen finde ich ganz witzig habe ich eigentlich zwei bestellt aber achte halt bekommen das heißt also im notfall kann ich noch ein paar springer gabeln dann machen wenn ich es hinkriege zeige ich euch bestimmt dann spätestens beim zusammenbau dann habe ich bestellt ja 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 genau genau auf das was ich lange erwartet habe diesen kleinen mini tank stutzen die 30 mm durchmesser glüge hat ja aus aluminium ist jetzt nicht der hübscheste muss ich sagen eigentlich noch ordentlich poliert er ist oben aluminium sollte der funktionieren hat eine belüftung drin belüftungsloch funktioniert hoffentlich moment wusste noch da ja funktioniert und hier stahl den möchte ich dann gerne in den tank einschweißen werter ja gleich sehen oder etwas später in diesem video sehen ich hoffe wenn ich die video schneide dass ich dann die feierste alles unten zu verlinken dann habe ich mir noch mal bestellt ein speichenschlüssel weil ich muss ja die räder neu einspeichern kommt auch noch mal ein video den bock zum auswuchten oder zum zentrieren des rads habe auch bestellt ist aber noch nicht gekommen ob kommt in den nächsten tagen kommt darin wird kommt darin so dahin dann aber stellt ein spiegel für den esser halt die anleitung die ist natürlich die radlager hoffentlich dass ich nachher empfangen zu suchen wieder zusammen ist die rechnung brauche ich noch ein paar neue griffe bestellen dann habe ich bestellt diverse buxen für den sh 2 steuerkopf lager komplett teuer ein paar sachen jetzt sieht er alles im vortraum der nächsten videos dann bestellt feder für den hauptständer eine neue weil die da nämlich kaputt ist dann bestellt nieten für typen schild werden schraube für die griffe vorne für bautenzucht weil die abgelajert sind kettenrad hier in dem fall schraubbar also nicht die zum liebten die zum lieben hätte ich noch daher habt zwei kiste zu liegen aber bei dem sind sie geschraubt eine verstärkte kette hat bestellt komme ich gleich zu was ich hier ist was mit dem teil ist kabelbaum schwarze bautenzüge paula hat mir zwar welche schon mit dem in grau aber der moped soll ja hauptsächlich schwarz werden also schwarze bautenzüge kupplungsgriff noch mal die nicht ausgelajert ist weil die leiern ja sehr gerne aus beim sr2 bremst die stänge was nicht unbedingt gerade ist aber das ist jetzt marginal wichtig ist mir noch diese schraube dass sie dran war war relativ günstig und dann noch ein schön alten schalter den habe ich jetzt bei ost zweirad von dem ein bisschen enttäuscht da muss ich mit den jungs noch mal telefonieren wir brauchen ja ein schalter umschalten scheinwerfer abländer und hupe aber jetzt guckt euch mal die qualität an das ist tief gezogen das stück metall das sieht so scheiße aus also so scheiße das kann ich so nicht akzeptieren geht wieder zurück da muss ich mir und andere suchen vielleicht die klub sogar ich habe noch irgendwann wieder von schrottplatz oder hier und in der kiste noch so einen originalen schalter zu liegen dann nehme ich lieber stehen weil der gefällt mir beim besten will nicht auf dem bild sah sehr schön aus im netz aber hier in wirklichkeit ist es dann doch mehr enttäuschend also ich bin davon enttäuscht gut vielleicht kriegt man das hier alles ein bisschen weggeschliffen und schwarz beschichtet nachher jeder sieht aber scheiße aus der sieht echt scheiße sorry aber das ist das billigste vom billigsten hier meine hat aber auch fast 30 euro gekostet 24 34 euro oberten dem dreh ja freut mich die sache in der zwischenzeit angekommen das heißt ihr werdet noch reichlich potenzial oder input bekommen zu dieser thematik von dem kasten messer zwei werden noch viele viele folge kommen und ich hoffe dass ich bis ende nächsten jahres erledigt habe ich hoffe mal viel früher und jetzt machen wir weiter mit dem tanken so männer ist weiter zum eigentlichen thema ist er zwei kasten vom paul ein für stützen also so sieht er ja erst mal naja unspektakulär irgendwie aus schon schick aber unspektakulär dezent halt meine überlegung war um natürlich den kleinen tank maximal ausfüllen zu können sprich also ja ja passt ja gerade mal kubel ja lieber rein ein vielleicht zwei wollte ich den tank den tanksturz natürlich so weit nach oben setzen wie möglich und eigentlich so gerade aber das funktioniert nicht weil er ist nicht hoch genug ja ich hätte dann hier ein ovales loch reingemacht hätte ihn eingesetzt und schick aber optisch also von der geometrie hätte es auch nicht gepasst weil diese ländlöcke sind ja schräg also muss den tank deckel eigentlich auch so schräg einsetzen dass er möglichst weit nach oben kommt und ich würde mal sagen das sieht schon ein bisschen sexy aus genauso wie er jetzt ist oder muss man sehen ob ich den vielleicht ein bisschen tiefer reinsetzen ganz tief kann ich nicht setzen dann muss ich oder ich muss entsprechend hier unten abtragen von der tiefe aber ich finde es eigentlich recht witzig wenn er so ein bisschen vorsteht also das hat schon charme also sieht schon cool aus sieht wirklich wirklich cool aus gefällt mir ja ich würde mal sagen genau da wo dahin kommt und zwar in dem winkel von insolent blöcken das sind geometrisch übereinstimmt so machen wir bitte so deshalb richtig die arschkarte jetzt so und zwar außendurchmesser 38 mm ich habe maximalen bohrer von 31 mm größeren habe ich nicht das heißt jetzt für mich wie kriege ich jetzt dieses verfackte scheiß 38 loch da rein bzw jetzt ist ja sogar noch ein bisschen größer es muss ein bisschen oval sein weil ich es ja nicht genauso einsetzen sondern ein bisschen etwas gerade setzte er könnte natürlich jetzt mir die die geschichte anzeichnen kleine löcher reinbohren und irgendwie versuchen die geschichte daraus zu sägen kann ich aber nicht ich habe nicht das werkzeug dafür ach ist das eine scheiße das würde also bedeuten ich machte 30er loch rein und muss auf 38 irgendwie aufschleifen auch man ist doch scheiße also freunde die richtige stelle zum bohren führen runden einfällstutzen auf den runden tank der schief aufgebaut ist also der schief angesetzt wird ist schwerer als ich dachte ich muss erst mal im ordentliche mittel finden von hier bis hier wir hier eingezeichnet wären etwa da dann will ich hier ein bisschen steiler machen parallel zum silent block und dann die mitte zu finden das habe ich jetzt hier ist die mitte direkt mir hier angezeichnet ja passt jetzt ist die mitte kloppen nicht das weder das jahr nicht so einfache also rechnen kann ich das wäschig aber legt den stutzen jetzt so halte dass die mitte hier dann wird also da muss er nach oben gedreht werden dann passt es wieder ja ist ein bisschen schwierig ich versuche mal ich habe ja sowieso bloß ein 30er bohrer und nachher muss ich anfangen zu fräsen nach oben nach unten und zur seite dann kann ich nur notfalls stück für stück anpassen leckt meine fresse geschissen edit wird jetzt eine stundenlange arbeit den einzupassen dass der so steht weil er muss ja auch der stutz muss ja auf jeden fall höher sein als die oberwand des tankes des tanks damit ich da nicht so eine riesen luftblase drin habe deshalb muss er so weit wie möglich nach oben reichen hier in die richtung von der oberstrebe darf aber auch nicht gegen stoßen dass er nicht klappert wäre ja blöd wenn der stank stutzen da immer gegen haut und dann um welche klapperhörer gekommen waren aber er soll eben auch in der mitte sein zwischen den block und dem tank anfang hier also metall ist nicht einfach muss ich ganz ehrlich sagen ich fange mal an zu bohren ich muss ja nachher sowieso fräsen und schleifen und das loch auf die größe zu kriegen auf geht's gut dann gucken wir mal dieser scheiß halte bock wieder runter das kriegt da wieder irgendwelche bohrt ist das schon wieder schrott hier leck mal eine fresse hier schissen mit dem dann probieren wir mal gut der ist stumpf können wir gleich mal entsorgen er schreibt mir in der wand das ist doch bestimmt der liebe thomas nummer eins man ist eine scheiße ich habe eine leichte vermutung wie jetzt gerade total feixeln wird ich muss noch mal gucken wo ist der stutzen da ist die markierung soweit muss er ja schon richtig ist schon richtig nummer zwei sammert kann ja nicht wahr sein wie schnell brechen die denn vielleicht sollte ich einfach ein bisschen vorsichtiger behandeln gut das war zehn millimeter größeren bohrer habe ich nicht das machen wir jetzt mal weiter mit dem stufenbohrer bohrer war schon macht nichts für einen neuen die räusche alter ja bist du halt echt scheiße ist wenn der größte bohrer die da hast ein 30er ist aber nicht das richtige equipment hast heißt also irgendwie improvisieren schleifen fräsen feilen bitte nicht feilen ja naja gut okay muss mal gucken wiegt jetzt hier auf der reihe kriege ich schalte euch später wieder zu ja 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 das wieder einmal durch geschwitzt gut schauen wir mal also ich will ja wollten vom winkel genauso machen wie den silent block das heißt er müsste so rein kommt aber zu dicht hier oben an die stange rein ich finde es vielleicht doch witziger wenn ich den so aufsetzen kann ich besser den tankverschluss öffnen das stört mich nicht hier stört er mich vielleicht mit der hände nicht richtig reinkommen wir denken so anschweißen wir kriegen auch besser gefüllt und ich habe hier oben im tank hier oben nicht noch totraum weil hier der einfüllsturz in den tank zu weit rein reicht und ich muss nicht abschneiden und machen wir dabei vielleicht noch die winde kaputt gut ist entschieden er kommt so weit so gut alles ausgerichtet sind da halt wieder weg gemacht nicht dass wir der gleiche fehler passiert wie bei der halterung das ziel auf immer knapp kapiert ausgerichtet habe ich den tank stutzen ja sehr gut aus gefällt mir dann werde ich mal probieren zu schweißen übrigens hatte ja letztens mal gesprochen von meinem kumpel parkside dass wir noch an unserer freundschaftsbeziehung arbeiten aber parkside ist so störst mit mir der ist umbenannt wurden in abstimmung mit paar leuten von euch in horst also nicht überhorst rede dann meint jetzt schweißgerät das wird schwach sind ein bisschen sein so ausrichten gut übrigens nämlich jetzt nicht mehr die diese komische automatische schweißmaske eine kapp mit der immer probleme ich habe letztens mit dem probiert mit dem wenigsten hier verbilligen und da kann ich einfach besser gucken ich sehe ich sehe die schmelze besser warum auch immer keine ahnung also probiert jetzt mal den hier testen oh gott ja ich bin schön aufgereicht horst versetzt mich in wallung gerade dann werde ich jetzt erst mal hier in der stelle punkten und dann den stutzen vielerseite ordentlich ausrichten zu können noch dass ich noch ein bisschen biegen kann also nur einer stelle versuchen mal kurz anzusetzen mal sehen ob horst mit den freien können wir versuchen den magneten abzumachen weil ich von euch gelernt habe der magnet behindert den lichtbogen durch die magnetische feld bitte halte jetzt ja so wie so gepunktet ist ausgerichtet ist jetzt überall den gleichen abstand zum zum tank oder zum rohr das sechs hier auch noch mal punkten was mir nichts passiert wenigstens dann hinkriege mit horst verstehe ja nicht warum das hier besser sehe als wir mit dem schweizer helm so jetzt mache ich hier die nuss hoch dass mir hier kein us drin fällt also keine keine schweiß spritzer haben wir die winde kaputt machen und jetzt wird die schweiß das mache ich jetzt ohne euch in ruhe dass mich die kamera da nicht jetzt unter druck setzt ich muss ja mit horst noch unter vier augen sprechen naja nicht perfekt war klar logisch aber jetzt stück sieht ja mal richtig sexy aus nicht nicht unbedingt so dann müsst ihr euch jetzt nicht angucken da hinten ist auch nicht angucken aber das sieht ansonsten so für den anfänger führen nicht beteilbarer ganz in ordnung aus frage ist jetzt halt nur aufs ob es dann auch dicht ist weg dann sehen jetzt wird erst bei schiffen koffer dass ich die naht nicht aufschleife da wäre die arschkarte hatte ich ja schon ein paar mal und dann wasser rein und dann wird die guckt ob es dicht ist aber jetzt schleifen 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 jetzt haben wir erstmal grob vorgeschliffen schauen wir mal ich habe hier eine schraube rein gemacht ins belüftungsloch damit da kein wasser rausläuft aber ich fürchte mal woanders rauslaufen ich habe kein benzina drin so jetzt hat man sie dann drin dann gucken wir doch mal ein bisschen wasser hin und dann okay der tropfen kam gerade hier aus der lüftung raus aber hier ist ein kleiner tropfen der kommt aus dem loch raus das ist ja doch hier da kommt er raus da muss ich nachschweißen ja ja da kommt durch so ja okay gut diesmal nur eine stelle sollte mich ja wirklich wundern gut nachschweißen so freunde geht weiter paar tage später was haben wir heute für den tag video soll er jetzt hochgeladen werden am sonntag am kommenden sonntag kommt noch ein bisschen was zu tun und er hat meine stimme ist ein bisschen gelegt also braucht ein bisschen bisschen schmierung stößchen thomas schön dass du wieder jede bretter wurde ja mitten in der woche gut wofür brauche ich muss mir helfen ich habe gesagt ein thomas kannst du mal klar sagte es geht jetzt an die letzte stufe und zwar muss der moment schwenk euch mal kurz muss der tank jetzt zugeschweißt werden dafür habe ich ja erst den deckel gemacht der hat es nicht geschafft der hat sie schafft die musik jetzt die rufschweißen und der thomas muss nachher mit sein mit seinen händen einfach mal kurz hier festhalten wenn ich dann hier an punkte bevor ich jetzt aber machen muss ich erst mal ihren rost weg machen machte noch ein bisschen schön hier sieht es keiner grad noch dran dann geht es hier eigentlich wirklich ans schweißen kaputt vor hier vorne zu punkten und dann runter zu bieten kann auch der thomas machen der ist kräftiger als ich der fährt ja ein selbstlader richtig genau eigentlich brauchst du ja kein kran machst du alles selber und hand oder und dann müssen wir halt runter biegen damit ich hier eine ordentliche wölbung habe weil bei dem teil hatte ich euch ja schon gezeigt ist hier seht ihr ein bisschen wenig so wippe wollte biegen habe ich versaut weil ich keine kanten drin habe das würde nachher natürlich doof aussehen deshalb hatte das teil nicht geschafft das kann ich mir an der wand nageln oder so ja das machen wir jetzt und wir müssen uns ein bisschen ran halten weil erst mal wird das video schon wieder sehr lang werden und ich habe das bloß noch 25 minuten auf der speicherkarte an platz deshalb wird jetzt eine kurze nummer sozusagen quickie das könnte man jetzt missverstehen thomas oder china bretterbude und du bist hier hat ja oh gott bilder was im kopf das kann immer sein und ich bereite mal vor und schalte euch wieder zu oder thomas thomas möchtest du noch möchtest du noch immer sagen dann sprich bitte hier rein du musst nicht rot werden alles gut alles freuen die ja bis auf ihn manchmal auch nichts wählen naja so thomas guck mal ich sage gucke kommen ruhig ein stück rein servio verarbeitet hier ich habe dazu ist haben es nicht einfach musik musik zu geben so also auf arbeit meine ich jetzt verteidig gelernt trägt die spannung runter in diesen den strom runter wenn schwächer haben wir runter die ist ja ja das spannung oder strom ja ich habe nämlich ein fan der heißt matthias matthias erklärt das ist nicht strom spannung jetzt nicht strom sagt strom wir regeln den strom etwas runter so vorschub ein bisschen zurück nicht zu viel vorschub du wirst jetzt schon das ist jetzt nicht hinkriegen ist ja ins tag verkackt schleifen haben wir noch schleifen schleifen wenn ich wir haben ja auch noch einen halben meter rohr da machen wir neu ja punkte mal von hier achtung nicht verrutschen alter hast du nur wo die hand würde jetzt trotzdem halt du mal fest ich muss mal gucken ob er hier die blöde ist weiß ich jetzt mir im bier ich hoffe jetzt nicht dass ich dir die hände verbrenne alter ist ein punkt blöde ist ja den krieg so kriegen die länder hin zu verknüpfen können können kann ich einfach gut dann machen wir mal hier vorne siehst du ist gut dass du doch heute hergekommen bist ich hatte zwar keine lust was zu machen so jetzt muss ich die schlacke erst mal weg machen und eigentlich müssten wir jetzt gucken machen wir erst hinten runter biegen oder erst da hier müssen wir weniger wegen als da nicht dass der uns jetzt hier abbricht kannst du meinen hammer noch mal nehmen versuchen tut jetzt dann mache ich nämlich noch mal hier an der seite ja nur ein kurzer quicki unter her ja ist eine spitze küsse wollen wollen die gleiche erst mal auf der seite machen das war hier noch mal ein stück runter kann ich will immer letzte worte ist meine als klasse jetzt setzt sofort so weiter 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 okay pass auf geht los bist du bereit du musst richtig runter drücken alter etwas ist damit mir passiert das ist ja richtig genau ich bereist jetzt bloß noch so eine sache zieht ja richtig gut aus ich würde jetzt gerne versuchen noch mal hier vorne zu machen dann müsstest du von hier jetzt noch mal drücken okay du musst mehr druck vorne auf die spitze ja das ist auch richtig aber hier oben kriegen wir vielleicht mit der mit der shop zwingend hin so ist gut also jetzt los du bist noch tiefer du musst weiter vorne stücke wenn die abhängt zu berlin sind kopf vor allem schon so gezielt aus kann ich mit mehr ja Der Pust Ich glaube, ich habe irgendwo Handschuhe. Warte mal, jetzt muss ich erst mal schleifen hier, damit ich da keine Schlacke habe. Kamera aus, ansonsten ist der Stick voll. So vorhin in der Nacht. Der Tank ist fertig. Ich bin jetzt gerade genau vor zwei Minuten mit dem Ding durch und ich habe die Schnalze so voll. Ehrlich. Aber Alter, bin ich kaputt. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden ich an dem Ding jetzt gebastelt habe. Aber das ist halt mein Ehrgeiz. Wenn ich das machen will, dann werde ich das machen. Okay. Ich zeige euch jetzt den Tank. Er ist fertig und ihr werdet es nicht glauben, er ist dicht. Er ist wirklich dicht. Trotzdem merkt nochmal mit innen drin natürlich Entfetten. Ich habe ihr das Zeug da geholt. Rückbeschichten und ich mag jetzt auch gerade ja nicht so viel quatschen, weil ich bin echt ruhig. Ich habe die Schnauze voll, echt. Ich muss jetzt gucken, muss die Videos noch zusammenschneiden, hochladen, dass die jetzt am nächsten Sonntag hochkommen. dass ich die online stellen kann. Aber es sieht echt geil aus. Es sieht wirklich geil aus. Das ist, was ich so was hin kriege. Hätte ich mir echt nie, nie zu träumen gemerkt. Aber wie gesagt, mit Metallarbeiten, ich liebe das. Ich habe davon keine Ahnung, aber trotzdem habe ich sie schafft. Seid ihr bereit? Ich zeige euch jetzt den Tank. Warum hat er da jetzt einen Dreckfleck drauf? Das ist doch schon wieder scheiße. Ich habe gerade gesehen, da war so eine komische Reflexion drauf. Das ist wahrscheinlich hier durch diesen Filter. Müsste man mal sauber machen. Aber ich habe dazu jetzt, ich bin doch mehr ehrlich. So, seid ihr bereit? Ich gehe los. Da ist der Tank. Die Befestigung oben. Er ist fest. Er ist stramm. Die Hutmuttern kommen nachher auch auf der Einfüllstutzen. Er braucht jetzt nicht abschrauben. Das sieht er dann später. Der Vordere Bereich. Benzinhahlen hier. Den habe ich ja ein bisschen weiter in der Vorderung gesetzt, damit der Schlauch nicht zu weit hier in der Mitte ist. Ich wollte ja nicht, dass der hier in der Mitte runterhängt. Hätte doof ausgesehen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal die Schokoladenseite von dem Teil. Es hat zwei Kasten. In diesem Stil. 1920 bei Knoppi. Ja, gut. Jetzt ist der Tank fertig. Bist der Esser fertig ist, dauert es noch eine Weile. Okay, Freunde. Das war ein Lappentank. Teil 2 jetzt zu Ende. Was ich nächstes Mal mache, weiß ich noch nicht. Ich kann gerade nicht denken. Es ist spät abends. In der Woche. Ich muss morgen wieder früh raus. Wir sehen uns. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schaltet meinen Kanal ein. Empfehlt meinen Kanal. Liked ihn. Würde ich mich freuen. und ansonsten bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Euer Knoppi.